Ein Herz für Gauner präsentiert ein Q vs. Q Und zwar diesen Samstag gegen die Q Terror Group Wer wird der Sieger? Gauner oder Terror Group? Wer wird der Sieger? 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 Ein spannendes Duell zwischen zwei ebenwürdigen Crews, das wir erleben dürfen dieses Samstag um 20 Uhr live bei uns auf YouTube und Facebook. Gekämpft wird auf vier Defenskarten, vier Rennen. Am Schluss kann es nur ein Sieger geben. Gauner oder Terror Group? Die beiden Crews freuen sich auf ein spannendes Duell. Und hoffentlich viele. Zahra ist es guter Wort auf diesem ersten Duell EASG. Also Freunde, bis Samstag, 20 Uhr live.